Das Kinderhilfswerk Dritte Welt unterstützt die Initiative Official Football Fan, weil wir es gut finden, dass Afrika in den Blickpunkt gerät bei dieser Weltmeisterschaft. Wir selbst haben Hilfsprojekte in Mali, Westafrika, in Ruanda und auch in Südafrika. Und wir würden uns freuen, dass Spenden zusammenkommen, sodass wir mehr Projekte in Afrika umsetzen können. Zum Beispiel Schulen, Gesundheitszentren, Hilfe für Aidsweisen, Hilfe für Kriegsweisen. Darüber hinaus finden wir die Idee deshalb gut, weil sie nicht nur den Fokus auf Afrika richtet, sondern auch zukünftige Mega-Events im Auge hat. Zum Beispiel ist ja die nächste Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Und auch dort, auch wenn es jetzt ein aufstrebendes Land ist, gibt es eine sehr, sehr große Armut. Wir selbst haben auch dort Projekte in Brasilien, in der Amazonas-Gegend oder in der Nähe von Sao Paulo, Straßenkinderprojekte. Und das passt wunderbar.